Hallo zusammen, Ruppe hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir kommen hier heute zum dritten und letzten Baumsteiger für 2021 von BulliLand. Dieser Baumsteigerfrosch mit Namen Azureus ist nicht wirklich neu. BulliLand hat den schon ein bisschen länger im Programm, aber wenn ich das richtig sehe, hat der eine neue, eine aufgefrischte Bemalung bekommen. Denn, ja, das ist auch nicht unbedingt handbemalt. Ihr seht vielleicht die schwarzen Flecken und darunter quetscht noch so ein bisschen Violett drunter durch. Also das ist definitiv ein Druck. Wie sie das gemacht haben, ich kann es euch nicht sagen, aber sieht auf jeden Fall klasse aus. Auch die Grundbemalung ist super, sehr reizvoll. Aber bevor wir uns das aus der Nähe anschauen, möchte ich hier mal kurz das Fähnchen entfernen und euch sagen, dass dieser Baumsteigerfrosch Azureus die Nummer 68523 hat. Das ist natürlich ein Dendropathes Tinctorius, ganz bekannt, sehr beliebt. Eigentlich denke ich mal so mit der bekannteste aller Pfeilgiftfrösche und sein prächtiges Azurblaues Farbkleid kann einen schon wirklich begeistern, oder? Es sieht hammermäßig aus. Früher war das hier tatsächlich eine eigenständige Art, hat aber nun seine Zugehörigkeit zu Dendropathes Tinctorius bestätigt. Die Größe variiert so von 35 bis 55 Millimeter. Männchen bleiben, wie man das allgemein kennt, etwas kleiner. Also wunderschön gefärbte Pfeilgiftfrösche, diese Art der Hammer. Ja, das Modell haben wir schon besprochen. Entspricht natürlich nicht der wahren Größe von diesen Fröschen. Ist ein bisschen größer. Wir haben hier 6,5 in der Länge, 6,5 in der Breite und 3 cm in der Höhe. Auch hier wieder die Haftlamellen hier vorne dran. Über Realismus brauchen wir uns jetzt hier nicht unbedingt zu unterhalten. Wir haben es hier mit einer Spielzeugfigur zu tun, aber auch hier kann ich nur immer wieder sagen, das was BulliLand hier wieder rausgehauen hat, ist der Wahnsinn. Falls ihr die Videos mit den beiden anderen Baumsteiger noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Ich werde hier auch noch mal gleich alle zusammen drehen lassen. Könnt ihr euch noch mal anschauen, wie die drei zusammen wirken. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Set, was BulliLand hier dieses Jahr veröffentlicht hat. Ja, die Untergrundfarbe. Wir haben hier ein schönes, kräftiges, helles Blau übergehend in ein Violett und wir haben hier auch schöne Farbverläufe. Ihr seht schon, die Schenkel haben sie in diesem Violett bemalt. Ein bisschen auf die Füße drauf. Hier hinten rum, hier auch rüber. Sogar die Höcker hier an der Seite haben sie noch ein bisschen besprüht. Dann die Arme im Ellenbereich und an den Augen haben sie auch noch ein bisschen von diesem Violett hin gesprüht. Das sieht nett aus. Die Augen haben sie komplett schwarz gemacht. Man sieht die Nasenlöcher. Hier ist der Druck ein bisschen daneben gegangen. Ihr seht schon, ein bisschen versetzt. Und an diesen Punkten könnt ihr sehen, wie ich es eben schon sagte, hat so ein Violettfarbenen Rand. Und daran sieht man auch, dass das bedruckt wurde. So genau kannst du das Ding nicht von Hand bemalen. Die Airbrush-Arbeit, die Grundfarbe haben sie wahrscheinlich mit Airbrush von Hand drauf gesprüht. Das ist okay. Aber das ganze Muster hier, das wurde definitiv aufgedruckt. Der Glanz ist hier vielleicht auch ein bisschen zu gummimäßig. Also nicht ganz so natürlich. Aber nochmal, wir haben es hier mit Spielzeugfiguren zu tun. Das ganze Material, wie schon gesagt, aus Gummi. Ganz weich, wie die anderen Frösche auch. Und sie sehen wirklich super aus, wenn man die alle nebeneinander stellt. Also das ist schon ein klasse Trio. Warte mal, ich stelle es mal richtig hin in die Mitte. Dann kann ich sie auch noch ein bisschen drehen. Ich werde unseren Azereus auch noch gleich in 360 Grad filmen. Näher, dann könnt ihr es euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Aber seht schon, die kommen echt klasse. Ja, ich bin ja schon ein paar Jahre raus aus der Terrarientierhaltung. Ich habe mir sagen lassen, dass die Frösche im Handel natürlich auch ihren Preis haben. Amazonica, dieser Kollege, kostet so um die 60 Euro. Genauso wie Azereus und Tumukumak soll wohl um die 90 Euro kosten. Oder da geht es halt irgendwo los. Ja, günstiger seid ihr hier definitiv bei BulliLand dran. Die verkaufen die im Moment für 4,99 Euro pro Figur. Das ist eine Hausnummer, aber dafür kriegt ihr halt auch wirklich außergewöhnliche Frösche und vor allem wunderschön bemalte Frösche. Und ihr braucht sie nicht füttern, ihr braucht kein Terrarium einrichten, ihr habt keine Heizkosten, gar nichts. Sie leben definitiv länger als die Originale bei richtiger Haltung. Sprich, im Schatten. Immer dran denken. Und ihr braucht kein Futter. Umso besser. So, hier seht ihr alle drei nochmal nebeneinander. Wenn ihr die zwischen Pflanzen setzt, auf ein Stückchen Holz, Rinde, Wurzel, wie auch immer, sehen die klasse aus. Kann man schön dekorieren. Als Geschenkbeigabe oder Mitbringsel für einen Terrarianer könnt ihr garantiert jedem eine Freude machen, falls ihr euch für diese Tiere interessiert. Auch wenn sie jetzt nicht ganz der Realität entsprechen. Ich finde es klasse. Ich kann es nur nochmal sagen. Schön, dass sowas hier für 2021 herausgebracht wurde. Ich werde jetzt hier Azureus nochmal 360 Grad drehen lassen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Tschüsschen. 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 Tschüsschen.